Kennst du den Pink and Blue Look in Lightroom? Noch nicht? Ja, der ist auch nicht ganz so bekannt, aber ich möchte ihn dir heute mal vorstellen. Endlich mal wieder ein Look-Video zum Thema Lightroom. Und natürlich gibt es auch heute wieder was zu gewinnen. Du weißt ja, es gibt aktuell täglich ein Video auf YouTube und es gibt auch meinen Adventskalender, wo es täglich dann auch Verlosung gibt. Und heute im Lostopf sind zwei Lizenzen für Radiant Photo mit dabei. Dazu habe ich ja auch schon mal mehrere Videos jetzt gemacht inzwischen zu dieser Fotosoftware, wo du deine Bilder ganz einfach reinziehen kannst und die dann automatisch bearbeitet werden, damit du schon mal so einen Startpunkt hast, bevor du in Lightroom so deine finalen Tweaks machst. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Du kannst es heute gewinnen. Du musst es also nicht kaufen. An der Stelle auch nochmal wirklich der kleine Tipp, es ist kostenlos mitzumachen. Du musst einfach nur einmal unten in die Videobeschreibung schauen. Der erste Link führt zum Adventskalender. Da musst du einfach nur einmal deine E-Mail eintragen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit diesem Video zum Pink and Blue Look in Lightroom. Dieses Bild habe ich grundsätzlich hier schon mal bearbeitet mit den Grundeinstellungen. Ich zeige dir mal ganz kurz das Vorher-Nachher. So sah es also vorher aus. So sieht es jetzt danach aus. Ich habe hier also ein bisschen was am Kontrast getan. Belichtung, Tiefen, Lichter und so weiter schon so ein bisschen eingestellt. Aber jetzt geht es um den Farblook. Und für diesen Farblook brauchen wir im Endeffekt nur eine Maske. Und deswegen gehe ich jetzt hier oben einmal drauf auf das Maskensymbol und werde mir jetzt hier einen linearen Verlauf aufziehen. Und zwar den ersten von rechts nach links. Wenn ich dabei die Shift-Taste gedrückt halte, dann ziehe ich diesen Verlauf auch wirklich komplett gerade auf. Und den ziehe ich von ganz rechts nach fast ganz links auf. Und jetzt kann ich mir aussuchen, welche Farbe ich auf der rechten Seite haben möchte. Wir haben jetzt hier die Effekteinstellung von diesem linearen Verlauf. Hier könnte ich jetzt auch theoretisch nochmal die Helligkeit und so weiter verändern. Aber ganz ganz wichtig ist hier unten das Thema Farbe. Hier kann ich jetzt wirklich eine Farbe einstellen, die dort einmal drüber gelegt wird. Und ich fange jetzt hier einfach mal an mit diesem Blau. Ich denke jetzt, dass dieses Blau ein bisschen zu stark ist. Deswegen nehme ich das jetzt hier von der Sättigung auf jeden Fall mal ein bisschen weiter runter. Und schiebe das vielleicht auch noch ein kleines bisschen weiter Richtung, ja so ins Türkise rein. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Dann bestätige ich das Ganze einmal hier. Und jetzt werde ich eine weitere neue Maske erstellen. Wieder einen linearen Verlauf. Und diesmal mache ich das Ganze genau umgekehrt. Diesmal ziehe ich das Ganze von links nach rechts auf. Drücke dabei auch wieder die Shift-Taste, dass dieser Verlauf gerade ist. Und auch hier werde ich mir jetzt hier wieder eine Farbe aussuchen. Und diesmal nehme ich vielleicht eher was Richtung Pink, Rot, sowas in die Richtung. Schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Ja, ist fast noch ein bisschen doll. Ich nehme jetzt hier die Sättigung auch mal wieder ein bisschen runter. Und vielleicht gehe ich ein bisschen mehr Richtung Rot noch. Und jetzt kommen wir so langsam hier in einen Punkt, der mir ganz gut gefällt. Also so ein bisschen was zwischen Rosa und Rot und die Sättigung, wie gesagt, ein bisschen runternehmen. Darf man nicht zu doll machen. Sonst sieht das Ganze ein bisschen sehr unrealistisch aus. Aber so, denke ich mal, sieht das doch schon ganz gut aus. Und jetzt könnte man theoretisch noch einhergehen und nicht nur die Farbe verändern, sondern ich könnte zum Beispiel auch noch sagen, ich möchte die Belichtung noch ein kleines bisschen dunkler machen. Auf der Seite. Und genauso könnte ich jetzt auch hier auf Maske 1 nochmal klicken. Also hier in den blauen Verlauf reingehen und auch hier das Ganze noch ein bisschen abdunkeln. Und das sieht auch schon richtig gut aus. So, und wenn ich fertig bin, klicke ich hier mal auf Fertig. Und dann sieht man das Ganze jetzt hier auch nochmal im Vorher-Nachher-Effekt. An dieser Stelle noch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass dieser Effekt besonders dann gut wirkt, wenn der Hintergrund, sagen wir mal, relativ neutrale Farben hat. Also wenn es zu bunt ist im Hintergrund, dann wirkt dieser Effekt weniger gut. Sondern wenn wir jetzt hier wirklich einheitliche Farben haben, die nach Möglichkeit auch noch einigermaßen neutral sind, dann wirkt das Ganze umso besser. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du wendest den Look vielleicht auch mal irgendwo in deinen Fotos in Zukunft an. Ansonsten, wie gesagt, Adventskalender. Erster Link in der Videobeschreibung. Einfach die E-Mail-Adresse eintragen. Dann bist du nicht nur für heute in der Verlosung, sondern wirklich auch bis Weihnachten täglich in den Verlosungen mit dabei. Musst du dich nur einmal eintragen. Und dann hast du wirklich auch alle Chancen, täglich da mitzumachen. Heute Radiant-Foto zu gewinnen. Und falls du nicht gewinnst, gibt es aktuell tatsächlich auch noch die verlängerte Aktion, dass du auch dort das Ganze im Package mit Malio-Fotos, mit einem Videokurs noch und auch mit einem Lookpack dann auch zu einem richtig coolen Preis dann noch bekommen kannst. Auch der Link ist unten in der Videobeschreibung, falls du kein Glück in der Verlosung haben solltest. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder.